Was? Wo? Panik! Ich glaub, die wieder in den Kriegen, oder? Ich glaub, das ist wenn wir in der Halb... Ich glaub, die wieder... Morgen Jungs! Und Mädels! Ja! Gut mitgedacht! Ich hab's nicht wieder vergessen! Ja, willkommen bei SAP Containment Breach! Eine weitere Folge, wir zocken zum dritten Mal die Map von Alex B. Das ist der, wo man so viele Kommentare schreibt. Nicht nur ihr... Ey, ihr seid ja der Hammer, ey! Also... Ihr habt alle unsere Erwartungen übertroffen eigentlich. Das war's eigentlich so aus Spaß gedacht, dass wir mal ein paar Fragen... Vielleicht bekommen wir ein, zwei Fragen... Der Hammer! Über 20 Kommentare haben wir bekommen! Über... Auf dem... Allein auf dem einen Video... Auf dem anderen sind's nochmal so viel! Ja, Wahnsinn! Also wir versuchen die jetzt so weitgehendst möglich chronologisch zu beantworten. Wir werden nicht auf jede Frage eingehen können, wahrscheinlich. Je nachdem, wie viele neue Fragen dazukommen, denke ich. Oder? Ich denke, pro Ladezeit schaffen wir drei Fragen. Aber schauen wir mal! Starte mal! Ohne Intro! Load! Map 0.8.2er! Das ist immer noch die aktuelle Version. Und es geht los! So, schauen wir mal! Die erste Frage war von... Weiß nicht, wie sieht das aus? Danf... 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 12.009! Was habt ihr für einen Schulabschluss? Und habt ihr beide eine Freundin? Ja, also eh... Wir haben beide den selben Schulabschluss eigentlich, ne? Hauptschule, oder? Hauptschule, oder? Nein, wir haben die Fachhochschulreife erworben. Waren aber nicht auf derselben Schule, muss man dazu sagen. Auf der Ratschule gegangen? Ja. Das waren geile Zeiten. Okay. Und habt ihr beide eine Freundin? Äh... Nein. Ich sterbe mal allein mit 72 Katzen. So, dann fragt Juka... Welches SCP hättet ihr lieber im Haus? 0.49 oder 106? Also die Frage ist für mich eigentlich ziemlich einfach. Und zwar hätte ich lieber 0.49 im Haus, weil den könnte man zum Beispiel den Keller einsperren oder so. Und 106, der kann ja durch Wände und so weiter gehen. Das wäre unvorteilhaft. Also ich würde mich sicherer fühlen mit 0.49. Da schließe ich mich dir an. Die Begründung ist gut, ja. Kann man so stehen lassen. Und die Ladezeit ist eigentlich vorbei. Lassen wir das. Vielleicht sterbe ich ja früh und dann kommen die nächsten Fragen. Die Young. Nüge. Schauen wir mal. Also wir wissen jetzt, dass SCP-914 ziemlich nah am Anfang ist. Was ich glaube links war es, ne? Die erste Link. Nichts glaub. Du gehst jetzt links. Huuu. Der ist ja gejumpt, Juhu. Was der alles kann. Der kann Türen aufmachen. Der kann jumpen. Angst. Der grunt schon wieder irgendwo. Okay. Ich weiß nicht, wie war das? Können wir uns den rechten Weg komplett ersparen? Ich weiß nicht mehr was da war. Ich glaube hier ging es nur im Kreis. Die Ladezeit. Das war schon mal die erste Keycard. Das ist die... Ich weiß die erste wie die zweite. Aber die L2 Keycard... Oh, ich habe scheiße gehört. Nix zin. Ach, weil das ich auch porten kann? Ne, weil ich kurz vorm Blink war Und das porten kann Das auch Ich mach nur zu Das war Okay Nein Ist ja nicht ausgebroken So, aber Hä? Ach komm, geht jetzt zu linear, ne? Das am Ende von dem ganzen Zeug kommt jetzt Könntest recht haben Nein, ich hab ihn gesehen, ich habe recht Außer er ist verschuldet Da ist er Der steht aber unvorteilhaft Ich weck der Granit zwar, aber Soll ich ihn rauslocken? Der will uns in den Popo fickern Wenn er im Weg steht Du musst ihn rauslocken doch Musst du das Geht nicht anders Guck mal, wo er steht Direkt vor der Tür Siehst du? Ja Man hört zwar, wie er grindet, aber Der bleibt immer vor der Tür Vor der anderen glaube ich Der raucht, der ist so dick Jetzt Vielleicht Ja Oh mein Gott Und kein Mausback So Weiter geht's Das sehen wir ja schon Jawohl Ich glaube wir schaffen es Dann müssen wir damit Weiter geht Müssen wir zurück am Anfang Und dann nach rechts die erste Und dann kommen wieder diese Viererkreuzung oder so Oder so Wenn man da an der Viererkreuzung nach rechts geht Dann geht's an den Kreis Da ist ein Schalter an der Wand Rechts Noch so einer Haben wir noch letztens schon eingefunden, der irgendwo in dem Raum war Merkulik Äh, Keycard Keycard Maske Den Den Wenn man damit so zufrieden ist Yes Meine Güte Wie man dem kleinen Fred eine Freude machen kann Ein Stück Neunz Ah Release Ich weiß schon, was dir zum Geburtstag schenkt Das war ein Origami Das war nicht drin Glückart Wir haben gar nicht gespeichert Mann Ja, das Speichern Bitte Du kennst meine Einstellungen zum Speichern Oh, das habe ich Mist gebaut Glaub ich Ist das gar nicht drin Weißkanz Bestimmt, der ist eigentlich nur einmal drin Ja, okay, das ist eine andere Kamera Einmal links und rechts Gab es zwei von den Kammern nicht? Du läufst doch da durch dann Hey, was? 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 Verstehe ich, was du jetzt In die eine Richtung läufst du links herum Und wenn du in eine andere Richtung kommst Läufst du wieder links herum Also rechts herum Also Gibt es zwei Also links rum? Zwei Schleusen Nein Die eine Tür ist nur eine Trappe Glaube ich Nein Gibt keine zwei Schleusen So, das ist jetzt der Anfang Ja So, und warte, wir haben den Navi Dann müssen wir jetzt da lang Obwohl, ich glaube, das ist falsch Oder? Ne, das passt schon Da müssen wir lang, glaube ich Ich kann da eigentlich sein Ich rede da jetzt nicht rein Ja, sieht gut aus Wow, da ist sogar zwei Origami Drei, oder? Ne Doch der ist Habe ich den nicht mit reingeschmissen? Habe ich den auch mit reingeschmissen, oder? Den kann man wahrscheinlich nie Origami-fizieren Da steht einer drin Die ist sauklar Ich kann einfach zu lesen Sorry Was heißt Origami? Was heißt Origami eigentlich? Na, ist auch nicht Es ist galvanisch Geiler Sound, Junge Dieses Kreide-Kratzen da Weißt du schon? Die kommen trotzdem durch Natürlich Nimmer Nochmal Hast du uns gerade rezitiert? Ach, ich werde bescheuert Das hatten wir im letzten Mal schon Ja, habe ich es Aber unbewusst Einer unserer ersten Uah Nice Ja, kommen wir da rein, ja Ja, Mann Ja, Mann Ich habe doch den Omni Den Omnibus habe ich Junge, wir sind nicht schon weiter als sonst War er? Ne, haben wir auch schon, oder? Ich glaube da waren wir schon So, Gas Mass Ähm Ich glaube noch einer, ne? Ja Hm So Da ist Sackgasse Ich glaube es war ein einfacher Guterraum, kann das sein Finde ich richtig? Ja Finde ich richtig? Gut dran Zum Intrum Habe ich noch gute Erinnerungen Habe ich noch gute Erinnerungen Habe ich lassen können Was ist das? Puh Shit Ich bin Ich bin ja fast an einem Katzinfarkt gestorben So Aber es war der erste Erschrecker eigentlich Bisschen Ich glaube der Weg ist kürzer Ja Oder war da die Glocke? Ja Schauen wir halt noch einmal schnell Ne, war nix Wer ist hier denn? Jetzt geht doch mal ums Eckblatt Ahhhh Place Nix Geht's im Kreis, was läufst du da rum? Ja, Mospack Oh Oder ein bisschen Zeit schenten Damit man sich meine Stamina wieder regeneratet Jetzt geht's weiter Aha Nix 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 Kommt er jetzt? Ja Hat sich jetzt gedreht Kommt du mir jetzt entgegen Verdammt, was ist da los? Ja, die waren wir nicht Ja, aber mach keine Melodie Kein Badum-Badum Vielleicht kommt jetzt einfach so um Das hat sich wirklich so angehört, okay? Das war ja so... Als es mal kommen würde, hat sich das angehört, ja? Also die... die Melodie pfekt Ohhhh Shit Vorsicht, 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 Vorsicht Ich will nicht herauf Bisschen, wir haben was hingehen Du bist auch ein bisschen lebensböde, oder? Und Eckraum Ja, oh Gott Ich glaube es geht Waren wir da nicht? Glaube ich ja Ne, da waren wir da nicht Da waren wir da nicht Da links, wo war noch nicht? Ich habe bis jetzt auch da keine... Keine Dinger gelegt Schüsse Und den Weg zu markieren Aus einem einfachen Grund Weil ich das nicht brauche Das ist da auch wahrscheinlich völlig... Zwecklos Hallo? Der grindet, Junge? Lass ihn grinden Na, gehen wir mal durch Der kommt, Junge Ich bin in Tendekation, kann er kommen Fuck Da bin ich glaube ich das letzte Mal gestorben Als er da kam Aber ich will die Pille haben Oder... So, wo geht es jetzt lang? Hehehe Oh, Pisse Auf seinem Arsch Auf meinen Arsch in seine Fresse rein Ja, warte mit dem Laufen Die Augen... Das ist echt schlecht gemacht Die Augen sind immer schon oben Das soll ich mal fixen, ey Das ist schon seit Anfang Das ist schon seit Anfang So So Soll ich da reingehen? So Hast du uns gesagt? Nein, Scheiße Dein... Kack-Origami, du So Der kommt jetzt aber von da, ne? Diagonal Bisschen, ja Wenn du diagonal konzentriert und sehe, laufe ich in die Richtung Na, ist sicher, dass er von da? So ein bisschen Juni, ich hab Schiss Ich hab keine Ahnung von woher gehört Ich schreie Hä? Im Ernst? Das war zu dick für ihn, Juni Na, das soll mir recht sein Da kann man eine Bleiwand drücken Komm da nicht durch, wahrscheinlich Ich seh mal rufen Das ist doch nicht auch so, dass man erst drücken muss und dann wieder weglaufen muss Ich fahr noch gar nicht Ich fahr noch gar nicht Ich fahr noch manchmal Was passiert dann? Wenn der Wind unten schon ist, dann passiert das dann Fahr Bisschen unterwegs Bisschen unterwegs, Juni Ja, definitiv Dinitiv Auf der anderen Seite angekommen Ich schmeiß mal die Batterie weg Und die auch So Burnt Note Hey, die Burnt Note haben wir noch gar nicht in den Ich weiß nicht, das ist die selbe, die man in der Pocket Damage Converter rein Sonst findet Weiß ich nicht drüber Was für eine Converter? Ja, dass man die mal reinlegt Guckt, ob da auch Ich gehts nicht zurück Origami rauskommt Ich geh jetzt nicht zurück zum Converter Das ist gar nicht die Sache Du sagst auch Converter, das finde ich schön Weil du es gesagt hast Doch für mich ist es immer mein Vorteam Äh, nein will ich nicht So, wir gehen mal da lang Nein, ich hab jetzt Ich hab einen Oh, you see it Wo ist die Glocke? Patent angemeldet Als es kommt wird Officially Auf ein kleines Stück Wieso gehst du nicht in die Neue? Warte In den Bereich Okay, lass mal Ja, ich hol da Ich schau mal Vielleicht die Glocke finden Okay, das ist jetzt Premiere Dass wir das erste Mal in diesem Office-Trakt sind In dieser Entrance-Zone Richtig Ich war bis jetzt noch nicht da Seit der neuen Version Dann gehen wir da rein Wie einfach? Ich glaube nicht Ich bin mir jetzt überhaupt nicht Das ist dieses Jahr Dass du mir fremd gegangen bist Aber ich glaube hier Ist die Wahrscheinlichkeit hoch Dass Knight-Hell-Fox auftaucht Wir haben noch keine Durchsage gehört Ja, aber das erinnert mich immer so ein bisschen dran Normalerweise waren diese Räume Da vorm Ende Und wenn man kurz am Ende ist Dann kommt die Durchsage Ich sollte mal auf den Navi gucken Dann weiß ich erstmal da lang Also wenn man da jetzt rechts geht Dann Von da kommen wir her Ja, wenn wir jetzt Ja Das ist ein androhtiger So Ich schau mal jetzt Ja Was? Geht Okay Okay Nein, das ist kaum Komische Jugend Scheiße Scheiße Shit, nein Duf, duf, duf Die Kontrolle, oder? Seine Junge, Junge Räum, Drop Hat mir leicht eingeschissen Alter Ich leg mal ein Ei So, vielleicht blickst du noch durch. Jetzt ja, ist man wieder aufzuzittern. Ich bin immer so nervös. Wow, das hilft dir gegen Nervosität. That's some good ass shit. Ich möchte mal den Entwickler von dem Spiel sehen, wie der da drauf ist. Daran? Ne, da kommen wir ja. Schon auf was gedacht. Ja, electrical, was drin? Oh, eine electrical. Du bist electrical. Ach, das war ne. Das war ja nicht electrical, weil dieses Chloro mit dem... So, hat den removed, der sich erschießt. Oh, du vergisst das. Cafeteria! Junge, Junge! Premiere! Was machen wir, was machen wir, was machen wir? Gott! Nimm mal was, da kannst du was nehmen. Du brauchst einen Becher. Becher, empty cup. Nee, man braucht keinen Becher, der gibt die Becher doch aus. Warum kann man die denn überall einsammeln? Das ist cup of coffee. Fairly strong black coffee. So, oder da gibt's einen V-Flat. Du kannst dann eine Durchsage machen, schau mal. Die stapeln sicher gar nicht. Guck mal. Ich kann da nicht mit interagieren. Oh, doch, da war irgendwas. Nee, das war nicht. Ah, sch... Können wir auch direkt. Was? Nein! Pisse! Wodum? Ich weiß es nicht, jetzt hat er aufgehört. So, was nehmen wir, was nehmen wir? Blood. Blood. Enter. Dispensy. Ich wüsste auch was, aber ich kann das hier nicht machen. Wieso nicht? So, hey. Was gehen wir ab? Ja, vom Automat. Drink, drink, drink. Drink, Red, one. Wie er es voll ausgespuckt hat. Oder? Okay, nächstes Getränk. Say it? No. Was können wir... Mach Urine! Der ist garantiert drin. Nein, ohne E, oder? Englisch ist mit E. Funktioniert doch. Hat auch ein bisschen danach geklungen. Cup of Urine. I'm not drinking that. Oh, langweiler. Okay, ich mach's. Das funktioniert schon mal. Ich weiß noch, was gibt es denn für Flüssigkeiten, die der Entwickler mit Sicherheit nicht eingebaut hat? Was könnte denn das sein? Hey, da steht jetzt nur noch Urine. Nicht mehr Cup. I'm not drinking. Haha, das ist gut. Aber die Farbe stimmt. So, was haben wir da? No way. So, warte, wie schaut das aus? Die Farbe stimmt aber. Zu grob. Aber es ist ziemlich viel. Er ist ja auch eine Sau. Hat es einprogrammiert. Flüssigkeiten, die der Entwickler bestimmt nicht eingebaut hat. Was ist flüssig? War nicht unbedingt eine Flüssigkeit. Wir können doch mal was ganz normales probieren. Wie grüner Tee oder so. Green Tea. Green Tea ist heute langweilig. Ja, aber mal gucken, ob er nur so eine Scheiße reingemacht hat. Oder auch was realistisches. Bestimmt. Ob er da auch wirklich blühen ist. Eben. It's too hot. Nein, jetzt haben wir gar nicht den Kuck, ob er blühen ist. Oh. Ah, was gibt's? Kann man auch so schreiben? Nee. Es gibt noch... Es gibt noch... Sorge. No. Dann flüster es ins Ohr. Was können wir denn noch machen? Schweiß. Sweat, oder? Sweat. Ja, ist bestimmt hier drin. Oh, der muss regeneraten, genau. Safe müssen. Komm ich hier weg. Escape. Oder die Taste darunter. Nee, also die Taste unter Enter. Oh nein. Wieder. Nö. Rechte Maustaste. Ah. Only personal security clearance. To higher are allowed to use. Trusting anything other than human consumable. Das ist wirklich drin. Das lassen die einfach da rumstehen. Ja, prima. Das ist schon mal sehr geil. Sehr geil. So, ist es hier eigentlich ein Endroom? Nee, wir müssen hier durchgehen. Ah, ja, da oben geht's dann über die... Von da sind wir gekommen. Da könnte man doch bestimmt irgendwas machen, wo einen irgendwie heilt oder so. Ja, man muss halt ein... Heating water. Oh, den Raum hatten wir schon lange nicht mehr, da. Leider ist ein roter Raum. Hä? Ist das Ende? Wenn hier ein roter Raum kommt? Ah, wie langweilig. Glauben wir nicht hin. Wir hatten noch keinen SP-079. Oh, witzig, was. Hä, der kommt ja jetzt auch nicht mehr. Hä? Ist das eben gespawnt, oder was? Oder links von dir. Und jetzt sind wir wieder in diesem Labyrinth. Oh, der ist ein bisschen verpackt. Da kommen wir nicht durch. Shit! Junge, wo geht's da hin? Aber da kommen wir vielleicht durch einen anderen Weg. Machen wir mal. Aber sei vorgleich. Immer. Das ist ein bisschen grindet, Junge. Aber jetzt kann das später weg sein. Nee. Wir werden uns nur in Sicherheit wiegen, bis er uns dann langsam... Was ist denn das weg? ...seinen... Ich rede nicht über... Wieso? Entschuldigung für's Kopfkino. Da war das Ding, okay. Der Gate A war da. Jetzt sieht das schon wieder so. Meinst du, das merke ich nicht? Ich bin halt so voller Freude. Der Gate A war hier noch nie. Nie. Aber ich fand's jetzt ein bisschen langweilig eigentlich. Gut, aber an das Healing Water hätte ich denken können eigentlich. Gate B. So, warte mal. Ähm. Wollen wir da schauen? Keine Ahnung. Geht nicht. Gate B sein. Weil, aber wir brauchen ja noch den. Meinst du, da hat die Sonar aneinander gebaut? Ja, da haben wir... Das ist ja so ne Abzeugung. Wie der Gamer war das der? Wo wir auch nicht immer das, falls wir Gate A finden, dann sollen wir nur anfangen zu spielen, weil die Wege zwischen Gate B so immens lang sind. Nicht der Radio? Radio lag da nicht. Ja, egal. Ach, manno. Brauchen wir nicht. Denn die Batterien jetzt weggewenigstens. Ich hab's auch wieder weggeschmissen. Das hat sie, das... Ne, das Bug finde ich mir nicht mehr. Die Toilette war mir nicht mehr. Hup! Einbildung. Ich bin den... Becher! So. Wie langs? Was ist denn da? Ah, das ist da. Oder? Ne, das ist... Das Testteil geht. Ich hab ein bisschen Hoffnung, dass es da 749 geht. Was sagst du? Das ist reine Spekulation, aber... Also, Testteil geht's. Vor allem bringt's uns ja nichts. Gate B. Nein. Gut, Gate B gefunden. Ähm, das müssen wir markieren. Ja. Mit Origami. Das bleibt nicht wahrscheinlich. Das war die Absicht vom ARXP, bestimmt wegen den Pistagills. Was ich... Was mich eins packt. Oder? Hm. Gut. Das ist an. Da muss ich nicht mehr sehen. Wie nah? So nah. Ich speichere nicht. Ich speichere nicht. Wenn wir jetzt nicht schaffen, dann... Ah. Vielleicht komm. Reicht machts. Buf, 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 buf. wahaha was war das denn? kannst du ihn herumlocken? du kannst ihn nicht zwischenlaufen, oder? alter alter vatter spawndet einfach da, Junge wo ist der 9thil Fox用意i braucht? der könnte den jetzt containen der containet uns gleich das war jetzt das schlagwort gewesen ach nee zurückgehen und das war jetzt auch viel freisier und das war jetzt weg und 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 Navigator, da geht er Mach Sachen ey Das war close Jetzt gilt es noch zu schaffen Im richtigen Zeitpunkt das Tor auszulösen Dann versage ich jetzt wahrscheinlich Ich habe schon wieder eine halbe Stunde Du kriegst ehrlich Junge Na? Lässt er sich über Zeit, unser Larry Ich glaube er kommt gar nicht Ja, das war's Scheinbar Frame drop Ist er los Ist das langsam? Hätte er auf einmal gespawnt Hier quasi Haben wir sie nicht gedeiht Weil wir nicht geblinkt haben Mh Der war wahrscheinlich noch ein Polygon vor uns Aber wenn er hinter unserem Sichtfeld ist Dann sterben wir ja auch Okay Von da kommen wir her Da müssen wir mal hin Da mache ich Ich rieche die Burnt Node Da müssen wir hin Da gehts jetzt zurück Wo wir hergekommen sind Ich rieche den Navigator Ja Da müssen wir hin Da sind viele Wege Ich bin ja einen Weg nicht gegangen Ich glaube ich bin da links nicht gegangen An dieser Feuer Mensch wir hätten den 106 noch mal containern müssen Mh Wodf Achso Be careful Daddy Be careful Also von da komme ich ursprünglich her So Was lege ich mal da hin So was Ach scheiße Das ist unverlässig Was legen wir da hin Ja Ein Joint Wollte ich aber riechen Okay von Joint Den sieht man gar nicht Den sieht man gar nicht Der hat eine Bottle Die Bottle Die Strange Bottle baue ich nicht Echt jetzt? Ja komm Die wollen sie ja heute schaffen Dann hauen wir uns keine Strange Bottle Ja warte dann muss Umgekehrt warte Die Strange Bottle Die nehme ich auf dem Weg wieder mit Verstehst du? Ja So Und da legen wir Origami da kommen wir her So Okay Ich fahr jetzt erstmal hier lang Ah Da ist der Okay Super Er ist nicht in seinem Territorium Okay Ne Terrarium Sagt man nicht Territorium Ja Territorium ist ein freier Weg dann Das Terrarium ist glaube ich Das Gras Aquarium Terrarium So Ja Sein Gehirte Seine Zelle Ja passend Eichel Zoo Oh Oh Hast du die Doktors Doktor L Kenne ich gar nicht Der ist ja neu Aber der ist auf dem Zettel Konferenz Room Was? Was war das gerade? Ich hab keine Ahnung Soll es das sein? Soll es das sein? Was ist das heute morgens? Ich glaub Glaub nicht Ich geh mal durch So Haha ein Portal Junge Da muss doch was sein Muss doch was sein oder? Das kann ich nicht Taken Da ist nichts Oder hast du irgendwas aufgenommen? Da war was Was? Ne Das ist die Tür wahrscheinlich Wahrscheinlich Blöd Na gut Dann gehen wir wieder raus Und verschwenden keine Zeit Spawn der Ready Ready Calary Na gut Na gut Hast du jetzt extra die Tür dazu gehört? Ne Das war das Geräusch Was? Wir haben so ein komisches Geräusch wahrgenommen Als wir vorbeigelaufen sind Wollen wir uns verarschen Tja Leute Wir haben nichts gesehen Ah Framedrop Was ist da los? Ah Wir haben den Elektrical Room Oder? Ah Aha Ich hab Beidrops Ja Notfalls Warte welches ist die Der ist oben oder? Wenn er Oder wo wird der sein? Waaaah Lalalala Ja Wo ist er? Ich weiß es nicht Der ist oben kann das sein? Ich glaub der ist da oben die Ecke so Der hat uns doch schon längst gebounced Schaust wo du dich festhalten kannst Da Ja Achtung du blindst es recht Nehmen sie Augen drauf bitte Nehmen sie einfach Ja Nehmen sie Nehmen sie Achso Komme ich da überhaupt vorbei? Nehmen sie jetzt Scheiß Scheiß Hör dich tun Oh Scheiße Haha Hoffentlich Hoffentlich verrickst du elendig Niemals Höh Steckt er da? Hast du aus deinem Kopf? Nein Ist er ein bisschen drunter gefallen Ähm So und jetzt Rechts oder geradeaus Hä? Wie gemein? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Immer nach rechts Geh zurück Komm ich hab's auch Ich wollte auch die anderen sagen Ja ja Warte fuck Geh lieber wieder Das ist NEIN! Da kommen wir nicht Wir können nur Clip nutzen Ne das war die Seite wo wir Ne das war die Seite wo wir Geht's auf! Da kann ich Stamina mehr In die Pille Oh nein Was war das? Ach da da waren wir Oder? Waren wir da schon? Ah da oben war der Endroom oder? Ne Hä? Ich geh mal durch Da müssen wir jetzt wieder lang Damit wir ausmachen können Wenn wir keinen Long Clip Wenn wir noch keine Console Commands Ja aber Müssen wir halt nochmal ausmachen Hier ist es dasselbe oder was? Jetzt schauen wir mal aufm Da waren wir noch gar nicht oder? Gehen wir da rein Ne das da war ein Endroom Oder geht da? Ach ja Das war das ok 37 Minuten Junge Wir haben keinen einen Tate Fox gesehen Du 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 Ja wir können jetzt vielleicht mal Was kann man denn trinken Was einem feilt Medicine 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 willst du echt nicht geben Ja Me Me Die 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 Ne Immer noch out of range Oder heißt out of range Dass es das nicht gibt Ich probiere mal ein Water Schau Siehste das heißt dass es das nicht gibt Ja aber das andere hat sie gegeben oder was Well that was refreshing ok Immerhin Ich hab noch ne Idee Irgendein Koffein oder sowas Energy Drink Ich geb Energy ein Weil vielleicht können wir dann besser sprinten und so Power Raid Junge es gibt Red Bull Schleuchwerbung Ja äh warum machen wir eigentlich keine alkoholischen Getränke Wie wärs denn mal damit Junge Nehmen wir dann Äh Wodka Gau 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 Dann auch Wodka Bull Komm inzwischen Gau Nice, sind wir jetzt besoffen. Du musst mehr davon trinken. Doch da in die Richtung ist, oder? Stimmt schon. Schade, dass das keine Wirkung hat. Ich hab jetzt die andere gespruckt. Das ist eine verkackte Pussy. Jetzt ein Gate. Weißt du was du tust? Sie trägt zurück. Ich hab keine Pille mehr. Die konnte ich jetzt nur einmal nehmen. Ich glaub wir schießen uns ab. Was? Ich glaub wir haben uns abgeschossen. Ich glaub ich hab so einen walkie talkie gehört. Nein, das hat kurz gegrindet. Ich hab da so einen Funk-Sprecher. Findest du dir ein. Was sagst du jetzt? Da hast du Blei im Magen. Okay, was ist der? Da wollten wir dann aber lang, wo die Spottel ist. So. Da waren wir jetzt, gell? Schau nochmal auf den Ding. Ne, wie geht? Da waren wir, da war nix. Wie geht's da lang? Wir sind noch... Was? Wir sind draußen in diesem Weg gelaufen, wo wir dann wieder nicht mehr durch die Wand konnten. Und da müssen wir einen anderen Weg laufen. Wir konnten nicht zurück, oder? Durch die Wand. Oh ja. Die ist jetzt fast schlecht. Ja, das ist schlecht. Sehr schlecht. Das hat's auch gedauert, ja. Ich dachte es war ein Fake. Zweiter holt schon. Von da musst du kommen, ne? Was ist jetzt so leicht schräg? Ne, das ist ziemlich. Ja. Und wirklich so. Geil. Ist aber auch ruhig. Vielleicht verschwindet er, wenn man den Navigator nimmt. Hm. Kann vorher, ey. Ah ja. Die Frames, die trocken heute ja aufs Übelste. Oh, Electrical Room. Electrical Center heißt das. So, Alex Biri, du willst, dass wir dich mögen, dann hoffe ich für dich, dass das P-079 nicht weiter von dem Electrical weg ist. Aus Back. Ich hab trotzdem... was haben wir das gehört? Buh. Ah, jetzt ausgestattet, ja. Scheinbar. Aber dann geht's nicht schon. Äh, wieso? Ja, die sind alle in der Mütte. Ja, ja. Scheiße. Ja, und jetzt? Gibt's kein Geld B oder was? Was war denn der Scheiß? Fuck! Ja, das ist vielleicht ein Häkchen, wo man Map Creator sitzen muss oder so? Meinst du, dass es zwei von diesen Räumen gibt oder was? Ja, dass du den Schock da aktivieren? Ah, der ist doch schon... Ja, die kannst du die Schalter nicht mehr betätigen. Ja, die gehen runter, die haut's raus, wenn du da reingehst, wenn dann die Lichter ausgehen nochmal. Ja. Ja. Du musst das trotzdem betätigen können. Ich geh jetzt nochmal raus. Aus diesem Raum nochmal rein. Ich geh jetzt nochmal rein. Dann geht's ja nicht. So ein bisschen. Ich geh sogar in den nächsten Raum erstmal. Das alles ohne Speichern. Und dann. Junge. Dass auch sogar die Tür offen. Ich glaube, das ist das auch nicht. bringt. Ja, mach's back! Toll! Das Event fehlt. Was machen wir jetzt? No Clip in Dead B, Junge. Get B in No Clip. Das ist jetzt echt schade. Wir spielen schon eine dreiviertel Stunde. Und von da her? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Von da kommen wir her. Oh, geht A oder? Geht A. Oh, wenigstens ein Ending. Yes, yo. Aber wir haben keinen Schuss hier rechts. Ja, kacke ey. Da muss man echt mal gucken, ob man das Map-Creator aktivieren muss. Zu GTA ging's da auch lang, oder? Das war da bei diesem Serverraum. Ja, aber es taugen damals. Ja, schau mal schau mal. Duf, duf, duf! Scheiße, diese Gänge da sind. Da geht's wieder B. Da ist da keine Ausweichmöglichkeit. Wenn nicht auf uns zukommen, ist es vorbei. Ja, vorbei ist es eh schon so gut wie... Irgendwer hat ja geschrieben, GTA gibt's angeblich was Neues, aber... Hm, ja, ich glaub nicht. Du hast gesagt, GTA hast du gemacht, ne? Ja, da kam reingewillend. Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht muss man da warten. Dann schießen die ja irgendwann auf einen, wenn wir zu einem machen. Erst schießen sie auf... Oh, wir sind da. Ja. Die Fahrzeugstütze ist ab. Jihau. Ah ja. Alter, geil! Wir sind da. Was ist denn los? Ich springe da runter. Da runter? Ja, auf der anderen Seite. Was geht denn ab? Hä? Das ist ja eh nicht. Jetzt geht's. Gehst du jetzt nicht spawnen? Gehst du noch raus? Ist der eigentlich schon? Es sind noch keine Leute. Oh, irgendwie ist es kaputt. Es ist total kaputt, Junge. Also irgendwas stimmt wie mehr Crater, glaub ich nicht. Oh oh. Ich will an der Stelle nochmal sagen, dass keine Schissierer ist da. Was ist das neu einfach? Was ist denn merkwürdig? Ich bin jetzt auch in Polizierung. Ich weiß nicht mehr. Ja, das ist halt... Hä? Aber wir brauchen schon mehr. Ist der Emil neu? Ja, das war letztmal glaube ich nicht so schön. Weil die Helikopter ist irgendwie so platzlos. Das ist falsch. Wir haben... Beendet einfach. Was gibt's denn jetzt ein Ende? Da kann man nix machen. Du, das ist echt viel. Schrauben wir dich mal rein. Gasmat. Ich würde tief ein. Pink. Anticap. Anticap. Origami hinwerfen! Ein Joint. In der Gasmaske Na ja, du Ich weiß ja nicht Keine Console-Commands, haben Content Ja, wir haben die Doktor aus Officesnet geöffnet Ach, das ist auch ein Achievement? Ja Roomstorm, 96 von 179 Krass, die Hälfte haben die gefunden Ja gut, wir haben viele am Anfang, wo es im Kreis ging 179 Räume hat er da platziert Wir müssen uns ihn jetzt mal in dem Ding anschauen Ja, das machen wir jetzt Auf jeden Fall Ich bin gar nicht im Bild Okay, ja ich denke das war es auch für die Episode Ist das jetzt die Linkstriebe wir hatten? Oder hat mich schon mal eine Stunde gewählt? 50 Minuten Unser Walkthrough haben wir ja gecuttet Sonst wäre es auch länger als eine Stunde gewählt Ja, aber für eine Single Episode Wer glaube ich nicht? Nein Dann ist es jetzt die XXLste Episode Ever Ja Und die Map aus dem Map Creator ist leider verbuggt Forever Forever verbuggt Ja, das ist ja nicht Alex B's Schuld Denke ich mal Ich weiß jetzt nicht, wie der Sachverhalt ist mit diesem Electrical Room Aber Es war ja nicht nur das Wer weiß, ob das bei Gate B jetzt auch hingehauen hätte Weil Gate A hast du ja auch gesehen Das ist halt bestimmt Da haben einige Events gefehlt Das ist halt ziemlich schwer das so richtig zu platzieren Dass du dann bei Gate A rauskommst Wenn du durch Gate A durchgehst Denke ich mal Na gut Jo Schickt weiter Fragen Wir haben zwar schon etliche, aber Wenn ihr was wissen wollt Die der Zeit Und Games Vorschläge Ich will mal wieder was neues spielen Ja klar Ich glaube ich habe auch noch irgendwas Wir müssen mal gucken Seht ihr dann Also wenn wir jetzt noch länger labern Dann haben wir die Stunde voll Das war mal die Intention Ne Ja gut, dann verabschieden uns für heute Und dann sehen wir uns nächste Woche oder so wahrscheinlich Oder ihr uns wieder Schalten Sie wieder rein Wenn es wieder heißt es Willkommen bei Let's Play SEB Container Breach Ja, also bis dann Leute Tschüss